Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, ich gehe heute mal mit euch rein und schaue mir die neuesten Transfers an. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Wenn ihr Lust habt, dass ich vielleicht in nächster Zeit auch mal ein Video dazu mache, zu den einzelnen Vereinen, die dann durchgehe und dann mal bewerte, wie ich das schon in der letzten Saison gemacht habe. Ich habe das da Kauf-Episoden genannt. Also einmal anschaue, welchen Spieler kaufe ich mir von Darmstadt, welchen nicht. Oder das auch zu allen möglichen Bundesliga-Vereinen mache, also da einmal so chronologisch durchgehe. Wenn ihr da Bock drauf habt, lasst gerne ein Like da, zeigt mir das oder schreibt mir das in die Kommentare. Ja, ich wollte mich kurz dafür bedanken, dass jetzt mittlerweile 300 Leute schon meinem Kanal folgen. Finde ich auf jeden Fall richtig cool. Ich mache das Ganze eigentlich nur so Hobby-mäßig, weil ich einfach viel Kickball spiele und die Bundesliga verfolge und einfach, ja, relativ viel selber auch mich auf dem Bereich interessiere. Und deswegen mache ich das und mache diese Video-Stuffs, wollte ich nur kurz dazu sagen. Danke auf jeden Fall an jeden Einzelnen. Und wir starten jetzt rein mit den Transfers. Und ja, es fängt an mit Kim Inial, den Bayern sich geholt hat. Innenverteidiger, 1,90 groß, kommt von SS-10-Japel, hat da eine Saison gespielt und echt eine überragende Leistung gezeigt. Also war der beste Innenverteidiger, glaube ich, der Serie A. Auch nach Noten war der relativ gut. Ja, ist sogar relativ torgefährlich. Hat in der letzten Saison zwei Tore und zwei Vorlagen gemacht. Gut, er ist auch mit 1,90 nicht der kleinste. Von daher auch, denke ich mal, für die Ecken relativ relevant. Was kann man so an sich zu ihm sagen und zu seinem Stellenwert bei Bayern? Also ich denke, der Marktwert mit 37 Millionen bei Kickbase ist nicht sonderlich tief. Also ich hätte da eher so 32 erwartet, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, wenn man sieht, wie teuer ein Delikt ist und wenn man jetzt davon ausgeht, was man von ihm erwarten kann, nämlich, dass er mindestens auch so einen Punkteschnitt hinlegt wie ein Delikt, dann ist der Preis relativ in Ordnung, würde ich sagen. Also da kann man sich auf jeden Fall dann nicht beschweren. Ich persönlich sehe ihn als 100% gesetzt bei Bayern. Und dementsprechend sollte man auch einen Spieler kaufen, der 100% bei Bayern gesetzt ist. Er ist mit dem Marktwert noch günstiger als Delikt. Natürlich auch deutlich teurer als ein Upamecano, der aber auch seine Schwachstellen hat in der letzten Saison. Und ich denke, da hat Bayern sich auf jeden Fall einen richtig, richtig guten Innenverteidiger gesichert. Ja, der kann auch unglaublich gut das Spiel aufbauen. Ist unglaublich sicher da hinten mit seiner körperlichen Präsenz. Also ist, glaube ich, ein Fels in der Brandung. Und von daher würde ich da auf jeden Fall, würde es mich nicht wundern, wenn der mindestens das macht, was Delikt auch in der letzten Saison gemacht hat. Also definitiv eine Kaufempfehlung, weil er einfach, ja, 100% gesetzt sein wird. Und wenn man vergleicht, wie viel zum Beispiel ein Schlotterbeck kostet, der überragende Punkte macht, der ist, glaube ich, noch ein Stück teurer. Ja, oder auch ein Delikt, dann würde ich ihn auf jeden Fall in die Kategorie einordnen und sehe ihn dann mit sehr, sehr guten Punkten. Gehen wir weiter mit Xavi Simmonds, ein Spieler, der von Eindhoven gekommen ist. Hat in der letzten Saison bei Eindhoven, bei PSV Eindhoven, wenn ich richtig informiert bin, 19 Tore geschossen, was relativ gut ist. Ja, muss man natürlich dazu sagen, dass jetzt viele direkt schon auf den Hype aufspringen und sagen, der Mann wird nächste Saison auf jeden Fall richtig abreißen in der Bundesliga. Der wird richtig geil, nur weil er da jetzt 19 Tore, 19 Vorlagen hat. Und auch generell, ja, er ist ein relativ bekannter Mann. Also, ja, der ist, dadurch, dass er ja schon so jung mit seiner Frisur auch bei Paris damals zum Profi aufgestiegen ist, hat er schon relativ früh, ja, Aufmerksamkeit erregt. Und jetzt ist es natürlich unglaublich cool, das finde ich auch, dass er in die Bundesliga gewechselt ist. Allerdings hat Daniel Mahlen zum Beispiel letzte Saison auch erst angefangen zu rasieren und der hat damals genau die gleiche Anzahl an Toren, also auch 19 Tore, auch bei PSV Eindhoven, sag ich jetzt einfach mal, geschossen. Also, die haben gleich viele Tore geschossen und Mahlen hat, wie wir alle wissen, in der ersten Saison dann, glaube ich, 5 oder 6 Tore geschossen und ordentlich Anlaufzeit gebraucht. Ich möchte da jetzt nicht simmit schlecht reden, allerdings würde ich wirklich zur Vorsicht mahnen. Er kostet mit 21 Millionen echt nicht wenig und Leipzig hat gerade mit Baumgartner, glaube ich, 25 Millionen auf den Tisch gelegt, beziehungsweise eine ordentliche Summe auf den Tisch gelegt und ich wäre mir da einfach nicht zu 100%ig sicher, ob das wirklich, ja, ob der wirklich so einsteigt, wie wir alle denken. Er wird, denke ich mal, ja, nicht so viel Einsatzzeit bekommen können von Anfang an, weil man einfach mit Carvalho noch jemanden goldt hat, der per Leihe da ist. Man hat einen Baumgartner, den man gekauft hat und Olmo ist, wenn er natürlich verletzungsfrei bleibt, gesetzt. Natürlich weiß man das bei Olmo nie, allerdings mahne ich dazu Vorsicht. Also, Overpaid, den meiner Meinung nach wirklich nicht krass. Am Anfang könnt ihr euch die Spieler noch aussuchen und ich würde wirklich nicht übertreiben, jetzt mit dem Hype und ihm wirklich nicht, ja, ihm dann nicht wirklich so viel zusprechen. Ich will jetzt auch nicht zu vorsichtig rangehen, aber zum Beispiel bei Openda verstehe ich den Hype. Der Mann ist, ja, gesetzt und hat auch in der französischen Liga, die ja vergleichbar eher mit der Bundesliga ist, rasiert. Ich mahne mit Beispiel zu mahlen einfach nur zur Vorsicht und möchte euch immer daran erinnern, dass er rational bleibt, dass Baumgartner schon mehrere Saisons in der Bundesliga gespielt hat, dass der schon eingewöhnt in die Liga ist und dass Olmo da immer noch hundertprozentig gesetzt ist. Natürlich kann Simmons auch in anderen Systemen spielen und auch eine hängende Spitze spielen und so weiter. Allerdings hat er auch eine Laie ohne Kaufoption. Das wird den Trainer vielleicht nicht wirklich interessieren, aber auf lange Sicht gehe ich davon nicht aus, dass der mehr als 15, 16 Startelf-Einsätze macht. Das könnte auch ein wilder Call sein, aber ich gehe davon aus, dass er auf jeden Fall kein absolut gesetzter Stammspieler ist und deswegen würde ich mich erstmal fernhalten, vor allem weil ich 22 Millionen auch gar nicht mal so günstig dafür finde. Gehen wir weiter zu Lucas Toussaint, und zwar einem Spieler, der ja das gemacht hat, was man als Fußballer wahrscheinlich niemandem empfiehlt, und zwar zum direkten Konkurrenten zu wechseln, aber aus Krieg-Base-Perspektive finde ich, für 9,5 Millionen ist der durchaus interessant. Könnte man vielleicht 1 bis 2 Mio overpayen, weil ich ihn einfach qualitativ bei einem Klub wie Union auf jeden Fall sehe. Er ist ja damals schon von einem Champions-League-Verein gewechselt zur Hertha und hatte auf jeden Fall höhere Ambitionen. Ich finde das jetzt durchaus in Ordnung, dass er jetzt zur Union gewechselt ist. Ich habe allerdings mit Hertha auch keinerlei Sympathien, von daher ist mir das egal. Aber aus Krieg-Base-Perspektive hat er letzte Saison schon einen 75er-Schnitt gefahren, was bei einem Absteiger auf jeden Fall relativ gut ist. Also da war er auf jeden Fall der beste Feldspieler gefühlt. Und von daher würde ich bei Union ihm auch relativ viele Einsätze zusprechen. Allerdings muss man da auch wieder Vorsicht walten lassen, weil Union natürlich Champions-League-Votation hat und dementsprechend, ja, seid da vorsichtig. Allerdings auf jeden Fall meiner Meinung nach ein interessanter Spieler, der auf jeden Fall sehr, sehr viel Einsatz hat, auch auf der 8, beziehungsweise ja auf der 6, aber vor allem eher auf der 8 bei Union bekommen wird. Weiter geht es mit Christoph Klarer und der ist meiner Meinung nach eine, ja, ich sage jetzt einfach eine klare Kaufempfehlung. Kostet 2 Millionen, hat letzte Saison, glaube ich, einen zwischen 70er- und 80er-Schnitt bei Düsseldorf gefahren, war da relativ gut und solide unterwegs und wird meiner Meinung nach auf jeden Fall in der rechten Innenverteidigung spielen. Ob er die rechte Schiene auch spielen kann, bezweifle ich, vor allem weil man mit Bader da auf jeden Fall auch einen gesetzteren Spieler hat. Ich denke, er wird rechter Innenverteidiger spielen und wird das relativ gut machen. Ja, für mich eine klare Kaufempfehlung und sollte man auf jeden Fall mitnehmen, vor allem weil er ja jetzt auch noch steigen wird, weil er neu in die App gekommen ist und ja, mehr gibt es da auch nicht so zu sagen. Ich denke mal, der wird euch für den Anfang solide Punkte machen und ja, für 2 Millionen macht man da nichts falsch am Anfang, vor allem weil er, wie ich gesagt habe, auch auf jeden Fall spielen wird. Gehen wir weiter zu Thomas Quarankara und das ist für mich eine ganz knifflige, ähm, ja, eine ganz knifflige Personalie. Ähm, Gladbach ist gerade im Umbruch und Gladbach hat viele wichtige Spieler verloren und ich persönlich glaube, dass Gladbach eine schwierige Saison vor sich hat und ich persönlich habe mir den Spieler mal genauer angeguckt, hat einen Marktwert von noch 4 Millionen bei Transfermarkt, ähm, hat jetzt eine Saison gespielt, äh, in der tschechischen Liga hat er, glaube ich, ähm, 14 oder 13 Tore gemacht, ähm, in, glaube ich, 32 Spielen oder so, also, ähm, oder waren es 28, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ähm, hat er ungefähr jedes zweite Spiel getroffen. Ähm, für 10 Millionen ist das, denke ich mal, ja, ist das ein solider Spieler. Ähm, allerdings muss man da auch mit einrechnen, dass bei Gladbach natürlich auch vollkommen in die Hose gehen kann, ähm, und die Saison, ähm, wirklich, da kann alles gehen, ähm, da könnt ihr jetzt einen Spieler haben, der in den ersten zwei, äh, Spielen einmal direkt netzt oder in den ersten fünf direkt drei Tore schießt. Ich gehe davon aber eher nicht aus und würde den erstmal, ähm, ganz vorsichtig als keine Kaufempfehlung betiteln. Ähm, ich bin da nicht sonderlich überzeugt von, vor allem, weil ich auch, ähm, ja, die tschechische Liga, ähm, jetzt eher mit der deutschen zweiten Liga vom Niveau her gleichsetzen würde. Also ich glaube eher, dass ich so einen Spieler, der so einen Marktwert hätte, der er beim HSV gesehen hätte oder vielleicht auch bei einem Aufsteiger. Also bei Gladbach, ähm, bin ich da mal gespannt, ob er da wirklich, ähm, ja, ob er das wirklich erfüllen kann, was an Erwartungen ihm entgegengebracht wird. Ich bin da sehr, sehr skeptisch und, ähm, würde den auf jeden Fall nicht doll overpayen. Ähm, aber allerdings würde ich sagen, alles bis 10 Millionen ist in Ordnung, einfach weil er bei Gladbach Start spielt und, ähm, ja, sofern keiner geholt wird, wird er auf seine Minuten kommen und da geht immer was. Ähm, ja, wird sich zeigen, ob sich das lohnt, ähm, meiner Meinung nach, aber, ähm, erst mal mit Vorsicht zu genießen. Ähm, ja, das war es auch schon soweit von ihm. Ähm, von daher würde ich sagen, das war es erst mal mit der Episode für heute. Ähm, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, schreibt mir einen Kommentar und, ähm, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr, ähm, Lust hättet auf die Kauf-Specials, äh, Kauf-Episoden und, ähm, ja, lasst mir da doch gerne ein Like da und schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, was sind eure Meinungen, welche Spieler wollt ihr noch sehen. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Oh, oh, oh! Vielen Dank.